Hau ihn raus! Nein! 4-4-Nein! Jo Freunde, was geht jetzt nicht? Willkommen zu PVZ-KW2 auf der PS4 mit mir, eure Moitia, Freunde. Ich hab wirklich kaum Zeit, weil jetzt gleich kommen die Küchenmonteure in einer halben Stunde. Ich wollte mit euch einmal in das Update reinschauen. Ich hab persönlich noch nicht reingeschaut, das machen wir jetzt wirklich zusammen. Wollte euch aber schon mal ein Video dazu gemacht haben und nachher gibt's auf jeden Fall noch einen Livestream. Ja, eigentlich hab ich gesagt, ich streame von morgens schon an. Keine Zeit, Leute. Die sind gestern mit der Küche nicht fertig geworden, was sehr, sehr schlecht ist, aber es ist halt so, wie es ist, Freunde. Okay, deswegen... Da ist er! Der Mystic-Chopper! Da ist er! Da ist er! Da ist er! Geil! Also, Freunde, ne, gehen wir, wie gesagt, ne, ich muss gleich schnell wieder nach oben. Deswegen, wir reden ganz schnell und gucken uns das vorher an und später gibt's einen Livestream. Also, auf jeden Fall dabei sein. Also, hallo, Pflanzen und Zombies! Die beliebten Walnut-Zügel aus Gun Warfare feiern ihr Debüt bei Gun Warfare 2. Die Karte steht exklusiv vom 14. bis 18. Februar im Mysteriösen Portal zur Verfügung und wird dauerhaft zur Revierübernahme. Playlist im Multiplayer-Portal hinzugefügt. Mit Veteranen gibt es außerdem einen neuen Spielmodus für ausgewählte Karten im Mysteriösen Portal. In diesem temporeichen Modus schrumpft der Bereich alle 30 Sekunden, also Battle Royale, das wissen wir ja. Ebenfalls neu, der Zwilligtschnapper holt euch die neuen Variante der Community-Herausforderung bis zum 20. Februar oder kauft sie im Mitternacht-Snack-Upgrade ab 21. Okay. Das heißt, wir können jetzt im Ra... Ne, da können wir jetzt spielen, ne? Doch, beides! Rathaus, und das ist offen, ich werd bekloppt, Alter, das gab's ja noch nie. Das gab es ja noch nie. Ich muss den Charakter wechseln. Ich muss den Charakter wechseln. Okay, also Leute, jetzt gehen wir uns erstmal schnell anschauen, wie wir den Dingens bekommen. Wie bekommen wir den mysteriösen Schnapper? Und danach gehen wir uns die neue Karte anschauen. Und am 19. also nächste Woche, Freunde, streamen wir den ganzen Tag den neuen Modus, den Battle Royale-Modus, den Veteranen. Also, Freunde, bleibt auf jeden Fall am Start hier, ne? Aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal, So, Leute, was müssen wir tun? Was müssen wir tun für den Schnapper? Zwielichtschnapper, 6 Millionen, das schaffen wir. Deine Spielerabschüsse, sorgt im Team für wahren Multiplayer-Wahnsinn und holt euch die saftige Belohnung. 400 Abschüsse müssen wir machen. Und dann kriegen wir bei 6 Millionen, der Zwielichtschnapper ist drin, Alter, der sind jetzt schon 2 Millionen. Guck mal, das Ganze geht auf 5 Tage. Also, Leute, wenn ihr PVZ-GW2 habt, ja, und ihr habt schon ewig halt nicht mehr gespielt, holt es raus, macht 400 Abschüsse, holt euch den Zwielichtschnapper. Okay, wisst ihr Bescheid. Also, der neue Modus kommt nächste Woche am 19. Ja, Freunde, dann bin ich für euch auf jeden Fall Livestream-mäßig dabei. Und jetzt schauen wir uns die Walnusshügel an im mysteriösen Portal. Das Ganze geht noch 3 Tage. Und, ähm, ich bin sehr gespannt. Ich bin mega gespannt. Geh mal, mach doch mal, mach doch mal kein Auge hier, Mann. Ich will hier rein. Let's go! Okay. Okay, da ist schon wieder einer am Mikrofon. Man kennt ihn. Man kennt ihn einfach. Auch nur die Charaktere aus PVZ 1. Okay. Okay, kapisch. Wir nehmen mal weiterhin erstmal die Kommando-Erbse, Leute. Okay. Sehr gut. Let's go. Wir müssen verteidigen. Alles klar. Ist hier einer drin? Hier ist einer drin. Hab ich. Mein weg. Mein einfach weg. Er ist leise, leise. Ja, weg ist alles klar. Alles klar. Ich muss mehr lauter machen. Hier ist zu leise. Okay, Walnusshügel, Leute. Das ist die Karte. Ich kenn sie, wie gesagt, ich kenn sie persönlich nicht. Oh, shit. Ah, von wo? Da. Da um. Oh, aiming. 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 Ja, hab ich. Hab ich. Digga, mach mal hier kein Mikrofon-Auge, Alter. Bitte scheiße. Jetzt sind sie drin. Jetzt sind sie drin. Ah, jetzt haben sie mich auch. Scheiße, jetzt sind die drin. Ah, jetzt sind sie drin. Mist. Ah, nach fünf Minuten verteidigen. Okay, wie sieht die Karte denn aus? Ich kenn die wirklich gar nicht. Ich kenn die so gar nicht, die Karte. Ah, da geht nix mehr. Haben sie eingenommen. Haben sie eingenommen. Ja, den nehm ich doch mit, Alter. Bumm. Guckt unten hinter mir. Bam. Spieler besiegt. Ja. Genauso. Okay, weiter verteidigen. Vier Minuten 44 noch. Da halt ich mal von hinten. Mal ganz gepflegt ruf. Genauso. Was tust du denn da mit deinem Mikrofon, Manu Fisch? Mach doch mal hier keinen Heckmeck. Ich hab diesen Sonar an mir, glaub ich. Guck mal, wenn ich hier stehe, ne, sieht mich keiner. Oder auch doch. Der da oben, ne, der ist ein richtiger, richtiger, richtiger Gangster. Meistercamper, ne, man. Geh mir Heilung. Ja, wär der Shopper jetzt nicht so im Weg, dann hätt ich das jetzt auch, ne. Wo ist der? Hab ich. Oh Gott, böse. Brauch ich Heilung. Heilung. Ja, danke. Und ich muss wieder rein. Die nehmen ein. Bleib drin, bleib drin. Bleib stark, bleib stark. Brauch ich Heilung. Heilung. Gib mir die Sonne. Gib mir die Sonne. Gib mir die Sonne. Danke. Von wo? Von wo? Er da. Brauch ich die Sonne. Bing. Und wieder einen zu dem 400. Ja. Oh nein. Bleib drin, bleib drin. Bleib stark. Bleib stark. Bleib stark. Walnusshügel, Alter. Okay. Ich freu mich mehr auf 19, muss ich sagen, ne. Leute, 19, da bin ich so eher mit drin, ne. Ganz ehrlich. Wenn da die neue Karte kommt und so. Da bin ich dabei, Leute. Da bin ich natürlich dabei. Da kommt einer von hinten. Pass auf. Wo ist der? Er ist da. Oh, Messer. Seht ihr? Ah, was? Ein Ganova, Alter. Geh mal weg, geh mal weg. Warum? Ey, die sind mit tausend Mann hier drin, Leute. Die sind mit tausend Mann drin. Damn it. Bin ich hier bei Lego Movie 2 oder wat? Wat natürlich auch bald auf meinem Kanal kommt. Davon mal ganz abgesehen. Nein, die nehmen ein. Guck mal. Oh. Oh, schlecht. Ganz, ganz schlecht. Ja. Ganz, ganz schlecht. Ah. Mario. Okay, wieder verte... Einen Spielplatz, Alter. Kann ich hier hoch? Ja, Mann, wie geil. Wie cool. Einen Spielplatz, Alter. Guck mal. Wie geil. Hier kann es einen auf Mega-Sniper machen. Oh, das ist wieder Aiming. Aiming vom Allerfeinsten. Man kennt mich. Ach so. Walnusshügel, Alter. Walnusshügel, Alter. Wie cool. Okay, ich will unbedingt den Zwillig-Schnapper haben. Aber wie gesagt, Leute, ne? Ist noch nicht draußen. Sechs Müller-Abschüsse. Macht mit, ne? Den holen wir uns auf jeden Fall. Den holen wir uns auf jeden Fall. Der ist sowas von easy, easy drin, ne? Der ist so easy drin, der Schnapper. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der ist so easy drin. Den wollen die alle haben. Da sind ja alle Lachs drauf, ne? Also, die rasten ja jetzt schon alle aus. Deswegen bestimmt. Töt ihn, töt ihn, töt ihn, töt ihn. Ey, ey, ich verbrenne. Ja, hol mich mal wieder, genau. Danke. Da oben ist einer. Da oben war einer. Ne, da oben sind welche. Die gehen den Spielplatz hoch. Da hat sich ja... Guck mal da, wie viele da kommen, Alter. Ich hau da mal einen rein, ne? Uah, hoch da. Ja, Mann. Auf die ganze... Oh, guck mal er, guck mal er. Ah! Guck mal er. Ich hänge fest, ich hänge fest. Digga, der ist oben, der ist oben. Digga, der auch. Oh, die kommen. Oh, die kommen mit zu vielen. Oh Gott, guck mal, 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 guck mal. Oh, shit. Oh, shit, was soll ich machen alleine? Was soll ich alleine machen? Was soll ich alleine machen, ey? Eins gegen vier, ey. Mann, wo sind denn die Leute? Verteidigen ist so schwer. Walnusshügel, ey. Boah, guck mal, Alter. Als ob die hundert Leute mehr sind als wir, ne? Dabei ist die Lobby nun voll. Genau, heilt mich doch mal einer hier. Das war der Wichtkick, ne? Ja. Das war der Wichtkick. Jetzt verteidige den Shit. Mann! Die nehmen eine. Oh, die nehmen eine. Ah, ja. Ja, ne, ne. Scheiße. Zu viele, zu viele, zu viele. Zu viele. Zu viele. Kannst nix machen. Kannst nix machen. Muss da auch rein. 45 Sekunden. Oh, nein. Mann, der Forscher von... Wieder der E-Met, Alter. Hol mich bei einer wieder. Geht das? Na, wahrscheinlich nicht. Wo muss ich hin? Oh, nein. Oh, nein. 30 Sekunden noch. 30 Sekunden. 30 Sekunden. 30 Sekunden. 30 Sekunden. Schön immer fressen. Ja, 15 Sekunden. Okay, da geht noch was. Da geht noch was. Die rennen jetzt alle rein hier. Da geht noch was. Da geht noch was. Pass auf! 7, 6. Alle müssen raus. Der muss raus. Der muss raus! 2, 1. Töte ihn doch. Haben wir gewonnen? Haben wir gewonnen? Ne, der ist doch drin. Hau ihn raus! Nein! 4, 4. Nein! Warum hab ich denn so Baby-Dingen um, Alter? Warum hab ich denn so Baby-Dingen um? Das seh ich ja jetzt erst. Ich muss ja mal mit Gift arbeiten, Alter. Wenn mehrere auf einem Haufen sind, dann muss ich mal ein bisschen hier mit Gift arbeiten. Jetzt ist mal Ende hier. Das geht hier nicht so weiter. Genauso mit dir hier, alter Kollege. Was glaubst du eigentlich, was du bist? Das geht hier nicht so. Guck mal, Erde. Guck mal, Erde. Guck mal, Erde. Guck mal, Erde. Jetzt wird hier mit Gift gearbeitet. Ist mir scheißegal. Aber weil ich kein Aiming damit habe. Ich brauch eigentlich immer welche, die dauernd durchschießen hier, durchgehend. Also Auto-Aim. Auto-Schuss meine ich. Auto-Aim. Ein Auto-Aim wäre auch mal ganz cool. Oh, jetzt muss ich nachladen, Alter. Das glaubt dir doch kein Mensch, ey. Ich verstehe auch nicht, wo hier unsere Heiler sind. Das gibt's nicht, oder? Da kannst du einnehmen lassen, den Scheiß. Ehrlich, Alter. Da ist doch schon wieder vorbei. Mann, ey. Der Typ da, ne? Der da. Der geht gar nicht. Töt ihn doch mal, Mann. Das Problem ist auch, du musst die, musst die Zombies schon da vorne, musst du die schon abfangen, ne? Da vorne schon, Alter. Du musst da vorne schon mal einen Riegel vorsetzen. Ja, nicht so. Nicht so. Nicht so. Ja, nehmt einen los. Renn rein da, Alter. Ehrlich. Verteidige das Anwesen. Da brauche ich nichts verteidigen mehr. Ah ja, das Anwesen, okay. Man guckt sich ja nebenbei noch die Karte an, auch wenn wir verlieren, so. Wisst ihr, wie ich mein? Das ist schon ganz cool. Ah, jetzt müssen die erstmal hier hoch, ne? Ja, jetzt sieht das anders aus. Jetzt müssen die erstmal hier hochkommen. Und das müssen sie jetzt erstmal machen. Das heißt, du musst die von hier unten schon verteidigen. Von hier schon, genau. Dann können die nicht viel ausrichten, oder? Oder? Was sagt ihr dazu? Du musst die von hier unten jetzt schon abfangen. Oder gibt's noch einen Weg? Ja, ich guck mal eben schnell, ne? Ah ja, doch. Guck mal, seht ihr? Jetzt kommen sie von der Seite, okay? Okay. Ja, jetzt sitzt sie schon drin, ne? Scheiße. Das sind Heiler. Das sind dreckige Heiler. Das sind dreckige Heiler. Der auch. Der hat... Nein, das war diese Haftgranate, ne? Ja. Scheiße. Ach, die sind schon wieder drin. Ja, weil die von hinten gekommen sind, ne? Alter, Digga. Die kommen von einer Seite jetzt rein. Dann stoßen die da durch. Genau von der. Und dann bist du alleine. Und dann hast du keine Schnitte, ne? Da seht ihr das. Guck mal, guck mal, guck mal. Alter, einer muss mal die Heilzombies da zerstören. Das ist ja nicht mehr normal. Geil. Ach, die nehmen schon wieder ein, ey. Aber verteidigen ist so schwer, ne? In diesem Modus, ey. Revierübernahme. Geil hier. Das ist so schwer. Zerstör die Haftkugel. Ja, die Heiler, ne? Die machen das. Aber diese komischen Zombie-Heiler, die die da raussprießen lassen, ne? Die machen das aber auch geil, ne? Die stehen die ganze Zeit da am Anfang und dann rennen die da einfach so dran vorbei und hallen sich wieder. Aber Weddy, das ist schon nicht schlecht, ne? Das muss man ja schon mal sagen, ne? Das ist schon nicht doof. Das ist schon nicht doof. Der Typ ist immer noch nicht tot. Das gibt's doch gar nicht. Wie viel hat der Typ denn? Alter, guck mal. Das ist doch nicht mehr normal. Alter, ich hab dem Typ doch übelst Hits gegeben. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Diese drin, keiner macht was, Alter. Das ist immer so geil. Ja, und dann hast du so welche dabei. Den da. Ey, 50 Sekunden, Alter. Und ich bin alleine hier drin, ne? Die haben echt nicht mehr alle beisammen, ne? Ah, die sind da oben auch geil. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Komm mal her, jetzt kriegst du auf die Schnauze, Alter. Auf die Schnauze gibt das jetzt. Ja, Mann. Au. 20 Sekunden, Alter. Warum bin ich denn jetzt tot? Nein, die sind wieder drin. Die sind drin. Leute, steht nicht so dumm auf dem Haus. Die sind drin. 10 Sekunden, Alter. Hau rein. Hau rein, Digga. Hau rein, Digga. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht, oder? Wo ist der Typ? Da ist er. Töt ihn. Wir haben gewonnen. Ja. Wow. Alter, das war wieder so knapp. Vorlagenmeister. Der Ego ist immer ein Zuspieler. Der Ego ist immer ein Flügelmann. Man kennt ihn einfach. Man kennt ihn einfach. Sehr gut. So, Leute. Ich muss Schluss machen. 35 Abschüsse. Wie viele habe ich denn? Bin ich gestorben? 18 Mai. Ja, komm. Ist okay. Fast eine 2er-Karte. Ist okay. Ist okay. Na, ich komme auf jeden Fall mit Leben. Gut, Leute. So, ich muss Schluss machen. Naja, machen wir weiter im Livestream. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ja, also wie gesagt, Freunde. Update ist da. Holt euch den mysteriösen Schnapper. Ja, den Mystery-Schnapper. Holt euch den auf jeden Fall. Wie gesagt, 400 Abschlüsse, Freunde. Die sind bei jedem drin. Freunde, die sind einfach drin. Gebt Vollgas. Haut rein. Na, ihr wisst ja auf jeden Fall Bescheid. Wir sehen uns später wieder zum Livestream. Ich hoffe, ihr seid dabei. Haut rein. Euer Walti. Dankeschön. Und bis später. Ciao. Ciao.